Ja, und noch einmal ein kurzes Hallo meinerseits. Ja, Punkt 1 einmal, sorry, Forza 6, ja, ich hatte leider Tonprobleme. Ich habe ein, zwei Stunden jetzt probiert, es kam kein Ton über das Headset und zum Mikro. Und ja, nach einem gefühlten 10. Neustart, auf einmal war der Ton wieder da. Ja, keinen Plan warum, aber es war einfach so. Deswegen würde ich mal sagen, versuche ich es nächsten Montag einfach noch einmal. Wenn es nicht geht, dann werde ich einfach ein, ja, irgendwas anderes am PC versuchen zu streamen. Und dann sehen wir, wie es läuft. Und ja, das ist noch einmal das kleine Infovideo zusätzlich noch, auch am Wochenende bin ich jetzt nicht da. Bin jetzt, also morgen, morgen in dem Sinne wahrscheinlich, wird es erst am Freitag sehen. Am Freitag fahre ich weg bis zum Sonntag, da bin ich erst am Abend wieder da, da kann ich es wieder aufnehmen. Aber es heißt dann, Montag soll es wieder mit planmäßig zwei Videos, so weit es funktioniert, weitergehen. Also alle vier Projekte jetzt, MotoGP natürlich, WRC 5, Vollout 4 und Mass Effect. Ja, genau. Also immer ein Rennspiel und ein, ich nenne es mal, Shooter abwechselnd. Je nachdem, wie es so ausgeht, eben die zwei Parts im Plan. Es kann, es kann passieren, dass es mal weniger ist, vielleicht sogar mal gar kein Video, wie immer. Nichts auf längere Frist gesehen. Sicht, nicht Frist, längere Sicht gesehen. Oder vielleicht sogar auf einen Tag, wenn es mal passt, dass ich sogar mal mehr Parts raushaue. Zum Beispiel bei Mass Effect, da haben wir eh genug Material, dass ich da mal zwei oder was rausbringe. Oder auch beim Follout, wenn es gerade passt, kann durchaus alles passieren. Da bin ich doch recht flexibel, da habe ich keinen fixen Uploadplan oder wie auch immer. Aber ja, das ist eh im Prinzip so wie immer. Also nochmal, sorry. Hat leider nicht funktioniert, jetzt geht es auf einmal wieder. Ich versuche es einfach am Montag noch einmal. Und ja, und fürs Wochenende habe ich ein bisschen was vorgearbeitet. Und das eine oder andere Video kommt sicher dann hoch. Aber am Montag geht es dann wieder, gewohnt, weiter. Ich bedanke mich noch einmal, sorry, wegen Forza 6. Ich versuche es am Montag noch einmal, wenn es geht. Spielen wir es am Montag, wenn nicht, spielen wir einfach Project Cars oder so. Irgendwas werden wir schon am Montag hinkriegen, am Abend. Wie das gegen halb 10 grob. Ungefähr, kann ich leider nie genau sagen. Wann mein Sohn schlafen geht. Gut, das war's. Danke. Wir hören uns live dann hoffentlich, wenn es funktioniert am Montag. Ansonsten viel Spaß mit den Videos noch von mir. Bis dann. Ciao, ciao.